Die hierzu erwerbende gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Steglitz. 1958 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 119.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.